Wenn nicht so viel Schaden machen. Geht klar. 500 Schaden mit dem Angriff. Nächste Aufgabe. Aber wir sind auch wahre Killer. Tequila. Tequila. Und ich weiß, Tequila hat zwar nichts mit Killer zu tun, aber trotzdem. Ich wollte einfach Tequila sagen. Ich hätte einfach gerade Bock drauf. Mit dem Kopf durch die Wand. Was muss erlegt werden? Hm. Was soll ich aufspießen? Bereit zum Kampf? So, geben wir den David ab. Dann habe ich hier noch ein paar frei. Ich will kämpfen. Werdet nicht die Waren mitnehmen. Wäre euch mit einer Karte der Lager-Barberians in der Gegend geholfen? Ich glaube, so kommen wir doch noch ins Geschäft. Hier. Bitte. Macht euch bereit. Ich danke euch für eure Hilfe. Sie dürfen nicht entkommen. Okay. Okay. Renovale Liste. Abend. Jetzt los. Ich glaube, der fliegt dann jetzt noch da rüber. Kommt. Kommt. Und erkundet da die Gegend, oder? Wo ist denn der Zeppelin? Ich glaube, ich habe den gerade gesehen. Irgendwo. Ach, da. Da ist er. Ich will auch so einen Zeppelin haben. Wie bringt er den zum Laufen überhaupt? Haben die da irgendwie so eine Art Holzfahrrad, wo die da draufstehen und dann so treten, um den Strom oder so zu erzeugen? Warum? Ja? Warum sind hier alle... Hm? Ja? Ja? Wird gemacht. Hm? Geht klar. Ja? Hey. Machen wir mal das Haus kaputt. Oh ja. Jetzt kann ich Giftmischer machen. Äh, nicht Mischer, sondern Werfer, meine ich. Tut mir leid, als ich da was Weiches gesagt habe. Aber es kann ja mal vorkommen. Die sagen auch ganz cool Giftwerfer. So, Giftwerfer bereits. So, dann stufen wir einmal auf Stufe 3, weil ich nichts besseres zu tun habe. Dann töten wir die mal, weil ich hier den guten Erztroiden angreife. Die kommen hier von Barbaran Paul aus und passen auf Stufe 2. Nächste Aufgabe. Und los. Endlich, Action. Und los. Rock'n'Roll. Ich mag das. Endlich, Action. Und los. Okay. 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 Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Armee, auch. Geht's los? Und los! Macht euch bereit. Macht euch bereit. Okay. Komm, töte den Arbeiter. Also auch. Komm, Coley, Wohley, macht das. Endlich, Action! Coley, Wohley hört sich so scheiße an. Rock'n'Roll! Und los! Rock'n'Roll! Endlich, Action! Was für ein Spaß! Mit dem Kopf durch die Wand. Wo ist das Ziel? Mit dem Kopf durch die Wand. Hat mal jemand was gegen Kopfschmerzen? Niemand? Oh, nicht auf den Kopf klicken. Kann mal jemand was gegen Kopfschmerzen? Was wollt ihr? Bereit zum Kampf. Er muss erledigt werden. Wenige Männer, ein Sohn im Amazonenvolk. Leider zu wenige Jungs für ne Skatrunde. Haha, hat aber auch gewisse Vorzüge. Oh Gott. Wenige Männer, ein Sohn im Amazonenvolk. Das ist wirklich! Geflanzert und bereit. Bei den Küchern weiß man nie genau, wo vorne und hinten ist. Dann kann ich schon mal rückwärts in die Schlachtreiten. Bei den Küchern weiß man nie genau, wo vorne und hinten ist. Okay. Was für eine Verschwendung, um das gute Zeug wegzuwerben. Prost! Prost! Oh Gott, Mann! Nächste Aufgabe. Prost! Ich finde das so genial, wie der Prost sagt. Gehen wir weiter? Gehen wir es an! Gehen wir weiter? Nachmal bin ich ziemlich voll. Es ist nicht mehr so leicht, von der Stelle zu kommen. Ich würde mich gerne einfach hinten in den Wagen legen. Und das ganze Wochenende durchschlafen. In dieser Branche ist das wohl nicht möglich. Nein, ich komme nicht aus Holland. Wieso fragt ihr? Lassam. Schneller als 60 ist nicht drin. Jetzt habt ihr den Karren in den Dreck gefahren. Jetzt mal bin ich ziemlich voll. Okay. Kommt ihr aus Holland? Heilung, fragt ihr. Sie sehen so aus. Von Holländer erkennt man daran an ihrem hollischen Akzent. So als Deutscher versteht man davon kein Wort. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe da schon mit... Ich habe schon Holländer gehört. Teilweise mit denen geredet. Ich habe kein Wort verstanden. Die reden zwar so gesehen, dieses... Zwar Deutsch. Aber mit diesem holländischen Dialekt. Geht es los? Dass man kein Wort mehr versteht. Sehr gut. Das war der echte Außenposten. Zumindest war das bei mir so. Ja? Arbeit? Ja? Hm? Und was erwartest du jetzt? Ist das alles, was du kannst? Blöd auf mir rumklicken? Ich arbeite immerhin den ganzen Tag. Du bist ja nur am Focken. Und was erwartest du jetzt? Bin ich nur am Zocken. Ich mache hier eine Let's Place. Professionelle... Äh... Professionell-unprofessionelle Let's Place natürlich. Professionell-unprofessionelle Let's Place mit Mr. Aska70. Wenn ihr mehr geilen Shit sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Damit ihr nichts mehr verpasst. Das ist alles sich einfach so geklaut von einem Blalian. Hey, wo erwartet ihr? Und ich gebe zu, dass sich das geklaut anhört, ja? Rock'n'Roll! Mit dem Kopf durch die Wand. Ansetzen zum Rammen. Was für ein Spaß. Da lang. Mein Gott, er rammt... Die Ramme will kaum zu Tode rammen. Hilfe. Endlich Action. Hilfe. Hilfe. Komm. Hilfe. Ansetzen zum Rammen. Boah. Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe. Na, alles klar? Was hast du vor? Wohl überlegen. Nächste Aufgabe. Ich finde die so richtig geil, die RAM-Einheiten, wie die hier einfach das Rammen. Geht's los? Mit dem Kopf durch die Wand. Ich warte. Ich warte. Oh, wie die hier war. Was wollt ihr? Los geht! Okay, auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Geht's los? Macht euch bereit! So! Ich geh vor! Auf rein! Attacke! Genau, macht die Felder kaputt. Es gibt ja auch nichts Wichtigeres als die Felder, denn ohne Nahrung werden sie aushungern. Wenn sie aushungern ist das gut für uns, weil sie einfach aushungern. Da gibt es nichts mehr Großes zu sagen. Mach ich bereit! Und der Bunker, der schießt glaube ich mal auch. Ich weiß es aber nicht genau. Was wollt ihr? Für unseren Stamm! Für unseren Baumstamm! Für unseren Baumstamm! Für unseren Baumstamm! Was soll ich da aufspießen? Tötet ihn! Tötet es bevor es Eier legen kann! Und los! Los! Alter Rat! DALAN! DALAN! Endlich! Action! So! Da hin! Oh das ist eine Dimensionstür! Habe ich gerade gesehen! Wie soll die damit nicht abhauen verstehe ich nicht! Na gut! Oh! Katzi! Oder Sehnen! David! David! Sie decken meinen Rückzug! Jawohl, Sir! Die sind in Bunde mit den Barbaren! Die sind in Bunde mit den Barbaren! Würde ich mal so wie haben sie tauchten! T pasado! Nicht! Dieات Talente! Oh, da ist ein Turm. Das sind noch mehr Türme. Oh, da ist die Mission Stockholm immer mehr und sie greifen an. Tötet sie, schnell! Sie dürfen nicht entkommen. Das muss das Hauptlage der Barbaren sein. Es wimmelt nur so von diesen Burschen. Meint ihr, wir sind die Menge Gegnern gewachsen? Ich mein vor allem, wenn wir die aus dem Weg rollen, brauchen wir wenigstens nicht mehr mit heftiger Gegender rechnen. Ja, das stimmt Leute. Gibt's hier keine dicke Gegenwehr mehr? Ja, nein. Let's nicht machen. Nächste Aufgabe. Stets was. Was für ein Spaß. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie schon mehr Schaden gemacht haben, aber naja. Wir dürfen nicht entkommen. Gar nicht. Ist das klar. Das war's. Ich bin über den hinterflappen. Gut. Stets bereit. Kein Problem. Stets bereit. Kein Problem. Sala. Ah, jetzt ist es fast kaputt. Spiel, es hieß, die Mission Store wurde zerstört. Die Türme, da muss ich auch noch platt machen. Platz da! Und los! Yippie! Ja! Ja! Endlich action! Ich hoffe, man kann jetzt manche Sachen nicht in der Aufnahme hören, weil ich hier noch nebenzu... Und er weicht hier ab und zu mal so... Schnäuze, würde ich mal so sagen. Ja! 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 Ja!